Freunde, ich hab da was für euch. In der Hand halte ich gerade das Samsung Galaxy S8+. Ich habe einige Videos gemacht, sowohl zum S8 und zum S8+, und ich habe immer wieder die Frage bekommen, Fuchs, wir haben doch hier diese Bixby-Taste. Das funktioniert in Deutschland momentan noch nicht wirklich, das geht auf Koreanisch, auf Chinesisch und auf Englisch. Gibt es nicht eine Möglichkeit, da was Eigenes draufzulegen? Vielleicht eine eigene App oder sonst was? Ja, das ist möglich, ja, das ist ganz einfach und vor allem kostenlos möglich, und ich zeige euch wie. Wir gehen mal in den Google Play Store und suchen dort die App All-in-One Gestures. Die ist kostenlos, sie ist so ungefähr 5,2 MB groß, das geht also ganz, ganz schnell. Wir installieren sie und klicken dann auf Öffnen, und jetzt werden erstmal ein paar Berechtigungen abgefragt. Wir müssen auf den Standort zugreifen, wir müssen auf Bilder und Videos zugreifen lassen, und auf Fotos, Medien und Dateien auf dem Gerät. Wenn wir das machen, dann erteilen wir noch die Berechtigung, wir werden automatisch dahin geleitet, und jetzt sind wir hier. Okay, es gibt ein paar Neuigkeiten, das ist aber nicht so spannend für uns. Wir wechseln rüber zu Hardkeys und enablen das also mal. Schieben kurz den Slider rüber, wenn wir das machen wollen, dann müssen wir erstmal das Ganze zulassen. Gehen also in die Eingabehilfe, da kommt ihr dann normalerweise automatisch hin, und dort gibt es unten unter Dienste den Punkt All-in-One Gestures. Zack, wir lassen die Berechtigung zu, Aktionen überwachen, Fenster innerhalb muss abgerufen werden, und achten Sie auf den Text, den Sie eingeben. Das muss alles zugelassen werden. Wir klicken auf OK, und wenn wir jetzt zurückgehen, gehen wir mal schnell in die App, dann klicken wir noch einmal auf Enable, jetzt funktioniert das auch, und jetzt seht ihr, OK, Volume Down und Volume Up sind bereits da. Wir möchten aber eine neue Taste hinzufügen, klicken dafür oben auf die drei Punkte, gehen auf Custom Keys, und jetzt drücken wir die Taste, die wir wollen, die wir wollen, in diesem Fall natürlich die Bixby-Taste, die sitzt links gleich unter der Lautstärkwippe. Natürlich öffnet sich Bixby jetzt, machen wir aber schnell wieder zu, denn hier rum geht es. Der Keycode dafür lautet 1082 oder 1082, von mir aus auch 1082, das adden wir mal, und wenn wir das jetzt auswählen, dann wird etwas geladen, nämlich dieses Fenster hier. Und das alles können wir jetzt auf diese Taste legen. Wir haben verschiedene Applikationen, da gucken wir aber gleich hin. Wir starten mal mit Shortcuts, das Benutzerhandbuch, Fahrmodus, den Kontakt, aber vielleicht auch den Routenplaner oder eine Vergrößerung können wir drauflegen. Aktionen sind ebenfalls spannend, sowas wie die Home-Taste kann dadurch ersetzt werden, Screen Off, aber wir können auch die Statusbar oder die Quick-Toggles aufrufen, einen Screenshot auslösen, an der Helligkeit oder der Lautstärke rumspielen. Und für mich interessant ist es dann bei den Applikationen. Wir sehen alphabetisch, nicht automatisch, alphabetisch geordnet die Apps, die wir auf dem Gerät haben. Wir könnten oben aber auch danach suchen. Und jetzt kann man schauen, was benutzt man denn viel? Möchte man zum Beispiel darüber in die Kamera? Absolut kein Problem. Wir können die Fotos darüber aufrufen, Nachrichten. Oder wenn ihr so wie ich seid und viel auf YouTube unterwegs seid, dann könnt ihr eure eigene YouTube-Taste nutzen. Gar kein Problem. Ist belegt, ist aktiviert. Wenn wir jetzt auf die Bixby-Taste drücken, seht ihr, zack, landen wir bei YouTube. Ist das cool oder ist das cool? Ich mag das richtig gerne. Ich bin ein großer Fan von Smart Keys. Beim Honor 8 gab es hier eine absolut geniale Sache. Und ja, so könnt ihr euch euren eigenen basteln. Ist jetzt natürlich eine Drittanbietersoftware. Kommt nicht direkt von Samsung, funktioniert aber sehr, sehr gut. Ich werde das so lassen. Ich mag das ziemlich gerne. Und jetzt war es das von mir und diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.